So, komm mal, ich krieg schon weiter. so macht das viel mehr Spaß wo hält man sich fest? hier oben rein? am eigenen Seil oder an dem hat Jörg sich auch festgehalten an dem oberen Führungsseil nur nicht an diesem Seil fest das geht aber auch hier wir schaukeln, wir schaukeln jetzt kommst du nicht raus mit dem Seil was machst du da? ich gewöhne mich schon mal an diese Bewegel mit meinem Rollator ich nehme dich gerade auf Video auf sie werden aufgenommen schatai bleiben das ist schatai die Welt ist ja jetzt nicht die Schatai Victor komm Mama Führern gib mal Gummi hier alter Mann Porno Porno das ist ein Gehänge da das ist ein Gehänge da kann auch ein bisschen dauern bei ihm Mama jetzt Mama? Was mit Mama? Die ist da hinten. Du machst das echt clever. Aber nicht schön. Boah, ich hänge echt wie eine Seile hier. Auf jeden Fall. Hey, der ist so gleich lieb. Ich fahre schon aus. Ja, da glaube ich. Das ist so. Das ist so schön. Mutschi! Macht Spaß, oder? Jawoll! Oh! Oh! Wohoo! Oh! Oh! Oh, ha, 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 ha! Oh, man, watch out! Oh, man! und die chilenischen bergleute arbeiten sich nach oben hier kommt der erste aus 2700 meter tiefe sieht deutlich die anstrengungen der letzten monate auf seil und dann halte ich fest und zieh dich mal so rüber mal sehen wie das mit ihr funktioniert schaukelt ein wenig wenn das so geht ist das gut auch auch ja das soll ich mich Huchu! So, nach hinten. Wenn es nicht geht, setzt sich einfach hin. Genau. Und dann fängt es von vorne an. Da man nichts hier machen kann, wie du es. Du kriegst das schon hin. Das klappt super. Ein Fuß vor den anderen. Ach, da ist aber glitschig. Danke. Da rutsch ich weg auf dich. Kommt es ja Gott sei Dank nicht auf. Eigentlich gehört da auch so ein Kissen dran wie da hinten. Ja. Hallo, was habt ihr zwei für ein Problem? Ja, das stimmt. Da steckt ein Schi. Ja. Pauline, super. Lass laufen. Es geht noch nicht mehr im Koffe. Hallo Maggi, hallo Robert. Hallo Carola. Mit meiner Seite. Auf Wiedersehen. Ich bin nicht gegen die Matte geknackt. Unten rein. Jetzt nimm den übernächsten direkt mit, den Balken. Ne, du musst auf der anderen Seite, weil das Seil auf der anderen Seite vorbeigeht. Ja, dann hol das Seil mal schon mal vor. Seil vorholen und dann versuchst du das nächste Seil von diesem großen Balken schon direkt mitzugreifen. Und mit an die Kletterschaukel auch greifen. No, va. Da hat hier aber Schwung. Unser Baum wackelt. Irgendwelche letzten Worte? Äh, ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit. Okay, dann hau mal rein, du. Attacke. Jawohl. Hi, Timi. Hi. Wow. Ja, jetzt trennt's auch. Heiliger Bühnenbaum. Und Svenja, noch ein paar letzte Worte? Oh, scheiße. Rück, zurück und weg. Ich kann nicht. Soll ich dir einen Schubs geben? Ja, bitte. Einmal. Ja. Muss ich mich festhalten? Nein. Du sollst mich am grünen festhalten. Am grünen. Und dann so leicht reinhängen lassen. Oh, ehrlich? Geht's schon los? Ja. Ja, dann... Warte, warte, warte. Was? Zieh mal das Seil, das Hängeseil. Leg das mal quasi neben dich, links. Links neben dich. Ein anderer, Alex. Ja, warte mal. So, dass du da mit den Beinen reinhüpfst. Hier so? Ja, so, dass es gerade mitfallen kann dann gleich. Okay. Carola? Passt du auf mich auf? Ja. Okay. Ja, dann attackieren wir mal. Attackieren, attackieren. Au, au. Aua. Das wein ich. Ich bin zu weh. Ich schwing hier noch so. Ja, schwing da mal so rum. Du sollst mich irgendwann festhalten. Das kommst du, glaube ich, nicht mal wieder wohl drauf. Okay. Das ist der Tag, der wartet schon. Vielen Dank.